Hey, du möchtest also ein Buch ausleihen? Gerne, setz dich und wir können gerne mal drüber reden. Welche Richtung soll es denn gehen? Magst du vielleicht eher so ein bisschen was Krimi-mäßig ist? Oder bist du eher so ein Fantasy-Fan? Fantasy? Ja, verstehe ich voll. Die richtig großen Klassiker sind ja zum Teil alle Fantasy. Ja. Was schwebt denn dir denn so vor? Hast du schon Weltklassiker wie Harry Potter gelesen? Ja. Ja, das verstehe ich. Das ist ja wirklich das meistverkaffte Buch auf der Welt oder so. Mega, mega spannend geschrieben. Wenn es ja ein bisschen eine klassischere Storyline ist mit Good King-Burse, ist das einfach so gut und detailliert ausgearbeitet. Ich meine, es sind einfach sieben Teile geworden, weil es da so viel in diesem ganzen Harry Potter-Universum über Harry Potter einfach zu erzählen gibt. Mega, mega krass und mega gut geworden. Also tatsächlich alle sieben Teile. Und wenn man Fantasy-Fan ist, denke ich, ist das ein Must-Read. Ja? Hast du schon durch? Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Das ist nicht ganz so bekannt. Und zwar Warrior Cats. Das hier ist der erste Teil in die Wildnis. Da gibt es mehrere Staffeln. Die erste Staffel hat jetzt sechs Teile. Da gibt es auch eine Staffel zwei, drei, vier. Und ich glaube, es wird in der fünften oder sechsten Kart geschrieben. Kennst du noch gar nicht? Ja, da geht es im ersten Band noch ein bisschen um den Gerda, der hier zu sehen ist. Das ist der Feuerbruder, im ersten Teil noch genannt. Der entscheidet sich, dass er nicht mehr zu Hause bei seinen Besitzern leben möchte, sondern dass er lieber in der Wildnis leben möchte. Und dann schließt er sich einem ganz Wellen-Kerzen-Clan an. Und ja, im Band leben halt vier verschiedene Clans. Er schließt sich einem davon an. Und dann erfährt man so ein bisschen was über das Clan-Leben. Auch super spannend. Das ist halt so auch eine komplett eigene Welt. Mit ihren eigenen Hierarchien. Zum Beispiel halt innerhalb des Clans. Das so alles funktioniert. Sehr, sehr spannend. Gibt es auch sehr, sehr viele Sonderteile. Also an Stoff zu lesen, fehlt es halt bei Warrior Cats nie. Das hat ja jeder Staffel meistens sechs Teile. Und dann gibt es noch mal richtig viele Sonderpänner. Da hat man sehr viel zu lesen. Merken wir uns mal vor viel Später, oder? Also Harry Potter tue ich dann weg. Hast du ja schon gelesen. Brauchst du ja nicht nochmal, oder? Also wäre es natürlich wert, aber dann packe ich dann mal weg. Und machen wir weiter auch richtig, richtig gute Fantasy. Vielleicht eher ein bisschen für Jüngere. Aber mega, mega spannend. Also das Spannende daran ist halt einfach, wenn man sich so vorstellt, wie krass das wäre, wenn es wirklich so ein Spiel wie Erebus geben würde. Ja, weil das ist halt wirklich komplett eigentlich nur künstliche Intelligenz. Das Spiel organisiert sich komplett selber, ohne dass da auch viel jemand machen muss. Also jemand hat das einmal programmiert. Und dann läuft es einfach komplett von selbst. Da muss man zum Teil sogar Aufgaben erfüllen. Und das Spiel hat dann andere Spieler, die dann halt gucken, ob man die wirklich erfüllt. Also es ist alles super gut organisiert in diesem Spiel. Da gibt es dann sogar noch ein Band 2 von Erebus. Da ist das Spiel sogar nochmal ein bisschen krasser. Ich glaube, das hier spielt so ein bisschen 2009, 2010. Da war die Technik noch nicht ganz so gut, dass man zum Beispiel die Stimme gehört hat oder so. Das gibt es dann nochmal im nächsten Band nochmal viel krasser und auch richtig nice da, wer die Technik so mitbeachtet wurde. Sehr, sehr cool zu lesen. Und ja, mal gucken, ob du einen weiteren Klassiker gelesen hast. Twilight natürlich. Ja, man kennt die Liebesgeschichte von der Bella, oder die sich unsterblich in ihren Edward verlegt. Und dann von ihrem Edward auch eines Tages verhandelt wird. Ja, super romantische Liebesgeschichte. Also der Fantasy und Love Stories mag. Der sollte wohl auf jeden Fall auch mal Twilight gelesen haben. Hast du schon eingelesen? Nein? Steht noch auf deiner Leseliste. Ja, vielleicht wird es heute mal Zeit, Twilight zu lesen. Hat auch vier Bänder und zum Beispiel fünf Filmteile. Ich mache es auch manchmal so, dass ich mir zuerst den Film anschaue. Dann versteht man zum Teil auch ein bisschen besser, was die Bussen meinen. Vielleicht dann heute mal ein gemütlicher Filmabend. Schön Twilight gucken und dann wieder kann man das Buch ausleihen. Ja, dann tue ich das mal zu zweit, wenn du das magst. Dann haben wir natürlich noch mehr Klassiker. Der Hobbit, der Vorteil vom weltbekannten Herderinge. Zwei Bücher. Das macht tatsächlich schon Sinn, wenn man die beide hießt. Vielleicht bist du ein bisschen verwirrt. Ja, es gibt drei Filmteile davon. Das Buch, es gibt aber noch ein Buch davon. Genau. Ja, hier geht es einfach so ein bisschen um das, was vorher der Ringe passiert ist. Also, ja, der Herr Frodo, der muss ja den Ring nach Morda bringen. Und, ja, davor wird mal erklärt, wie der überhaupt an den Besitz des Ringes kam, wie das alles passiert ist. Ja, sehr, sehr gut spielen. Natürlich auch komplett in der Herderinge-Welt. Also, kein neues Setting oder so. Einfach nur die Geschichte, die irgendwie 70 Jahre davor oder so passiert ist. Das ist ja spannend. Man kann natürlich auch zuerst Herderinge lesen. Das ist jetzt Teil 1 und dann kann man immer noch Den Hobbit lesen. Ich habe zum Beispiel so gemacht, ich habe zuerst Den Hobbit gelesen, weil ich dachte, das ist ein bisschen chronologischer. Danach Herderinge. Da gibt es dann auch drei Teile davon. Ja, laufen die erstmal los. Und, ja, werden natürlich auch erstmal eine Charaktere vorgestellt. Das Setting, ein bisschen so, mit der Erde und die ganzen Regeln von dieser Welt. Also, eigentlich nichts Neues. Wird ja überall, ähm, beziehungsweise erstmal das Setting vorgestellt, in den ersten beiden Namen. War sehr, sehr spannend zu lesen. Definitiv. Davon hast du vielleicht schon mal gehört, aber du weißt wahrscheinlich nicht, worum es geht. Und zwar ist die Rede von Die Sonne der Erde ist auch eine längere Filmreihe gewesen. Ich glaube, die kann man sich von mir da nicht mal angucken. Richtig dickes Buch, 1000 Seiten. Ich glaube sogar mehr als das kann das sein. 1110. Habe ich jetzt mal so rein im Hof geschlagen. Gleich noch 3, 4, 5 Seiten mehr. Ja, wie viel zu lesen. Aber sehr, sehr spannende Geschichten, weil das ist aus mehreren Perspektiven geschrieben. Und das spielt so ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, ein bisschen, ähm, im Mittelalter Englands. Und zwar spielt der erste Teil 1123. Da gibt es dann übrigens auch drei Treile vor. Und ich glaube, das wissen viele nicht. Sollte Erde ist der erste Teil. Dann gibt es noch die Tore der Welt und die Pfeiler der Ewigkeit oder etwas in die Richtung des Fundament der Ewigkeit. Und dann gibt es sogar noch eine Vorgeschichte. Das Ganze spielt in einem Ort namens Kingsbridge. Ich weiß nicht, ob der erfunden ist. Da gibt es noch eine Vorgeschichte, wie das Kingsbridge entstanden sein soll. Hat aber nichts mit den Geschichten zu tun. Ach so, und zudem, ähm, ist es so, hier geht es um vier verschiedene Geschichten. Und der nächste Band spielt dann, ich glaube, 200 Jahre später. Das knüpft noch ein bisschen an diese Geschichten, die hier passiert sind, an, ähm, aber wird dann nicht nochmal aus der See der Charaktere geschrieben. Die sind natürlich nach 200 Jahren alle tot. Ja, wie es beim dritten Teil so ist, kann ich noch nicht genau sagen. Müsste ich lesen. Ich lege es immer dahin und dann besprechen wir es nochmal. Die hat ja auch für dich ein ganzes halbes Jahr. Das ist jetzt ein anderer Teil, aber ich kann dir ein ganzes halbes Jahr auch noch aussuchen. Das ist der zweite Teil, ähm, dann gibt es noch den dritten Teil, Mein Herz und zwei Welten. Ja, da geht es halt um die liebe Luisa, die sich um einen ganz kranken Mann kümmern. Das nimmt sie ja relativ mit. Hast du schon mal gehört, oder? Davon gibt es ja auch den, ähm, Film. Wenn du magst, kannst du da zum Beispiel auch zuerst die deutsche Variante lesen und dann die englische. Auf englisch be before you. Das hat zum Beispiel damals eine Englischlehrerin von mir, ja auch mal in Polen, bevor ich ja natürlich in der Bücherei gearbeitet habe. Ähm, die hat gemeint, reichte englische Lektüre, kann man auf jeden Fall verstehen und wäre gut zum Englischlehrern. Also vielleicht mal drüber nachdenken. Zuerst das deutsche Buch kaufen oder den Femcher und dann das englische, lesen oder vielleicht sogar zuerst das englische lesen und dann erst den Film gucken. Siehst du, was man alles verstanden hat. Ja, sehr, sehr dummierende Liebesgeschichte. Allerdings auch ein bisschen traurig, ja. Was könntest du dir denn vorstellen, auszuleihen? Ich glaube, Harry Potter und Twilight schon mal nicht. Nee, ja, kein Problem. Wie wär's denn Namen zu allen der Herder? Bisschen die Gerschinken, ne? Herr der Ringe. Vielleicht erst mal den Film gucken, okay? Ja, Eriboss. Okay, fühlst du dich bis hin zu alt, ist kein Problem. Warrior Cats. Ist nicht so der ganzen Fan, okay, das verstehe ich. Ein ganzes halbes Jahr. Gut, das hol ich dir dann noch raus. Und das Englische auch. Nimm's doch, ich würde dir wirklich empfehlen, nimm's mal mit. Und dann kannst du erst das lesen und dann das hier. Dann geb ich dir dafür auch drei, vier, fünf Monate Zeit beides zu lesen, okay? Das Englisch wird vielleicht ein bisschen länger dauern. Ich weiß ja nicht, wie gut bist du in Englisch. Ist kein Problem. Dann geb ich dir drei, fünf Monate und dann kannst du mir mal sagen, wie du so wandelst. Ja, super. Wenn dir dieses Rawplay gefallen hat, dann folg mir doch gerne für mehr. Wenn du jetzt Lust hast auf ASMR in verschiedenen Sprachen, guck doch gerne mal hier vorbei. Oder wenn du Lust hast auf 30 Minuten Background aus dem Meer, perfekt zum Schlafen für Homeoffice, Studieren EDC, dann guck mir gerne hier vorbei. Entscheide dich gut, bis zum nächsten Mal.